Grüß euch Leute und herzlich Willkommen zu diesem neuen Outdoor Video von mir. Wie man sieht, bin ich gerade draußen. Ich gebe euch jetzt mal einen Tipp für schlechte Laune. Geht raus, stürzt euch irgendwo hin, wo kein Asphalt ist, sondern in die Wiese und atmet durch die Nase ein. Für fünf Sekunden dann die Luft anhalten und durch den Mund ausatmen. Und kommt schon wirklich alles raus. Das macht es zwei, dreimal und werdet sehen, das hilft euch garantiert. Warum draußen? Ist ganz einfach, weil da die Natur ist. Ganz wichtig, steht euch auf die Wiese und nicht auf dem Asphalt. Denn die Wiese selber gibt dann schon sehr viel Kraft. Und ihr habt dann auch viel mehr Verbindung zur Natur. Denn wie wir alle wissen, die Natur ist sehr, sehr wichtig für uns Menschen und wo immer für die Tiere. Ich werde im Laufe der nächsten Zeit einmal ein paar Futterplätze für die Vögel aufhängen. Erlaubt ist es. Und dann können sie ja schon mal ein bisschen, ja, duttern sitzen und fliegen. Denn auch wenn sie es nicht in unserer Sprache ausdrücken, die Tiere sind uns für jede Hilfe dankbar. Entschuldigung, dass das Video so zittert, aber es ist halt so. Ich habe kein Stativ für ein iPad Pro erste Generation. Und auch selbst wenn ich einen aufhängen sollte, dann würde es da nicht funktionieren. Ihr werdet den Platz aus meiner Videos schon kennen. Aber wenn man da jetzt hergeht zum Beispiel. Da zwischen den Sternen tut sie nämlich auch einiges. Und zwar im mikroskopischen Bereich. Dann sind wir froh, dass es solche Plätze gibt, weil auch im Sommer zum Beispiel würde ich mich auf eine Isomatte legen und da auf der Wiese nochmal ein paar Stunden schlafen, wenn es möglich ist. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Kommentare, ein Like für den Algorithmus und natürlich ein kostenloses Abo würde ich mich sehr freuen. Und vergesst dann nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr jederzeit, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein nächstes Video von mir kommt. Pfiat euch. Bleibt cool und gesund. Bis morgen. Euer Mike.